Hallo, ich bin der Florian Lutsch. Ich arbeite bei der Österreichischen Bundesforste im Forstbetrieb Wienerwald, Revierbreitenfurt. Wir befinden uns hier am Sperrberg in einem Buchen-Eichenmischwald. Meine Aufgabe als Forstfacharbeiter sind, von Naturschutzprojekten umsetzen, über Waldstraßenerhaltung bis zu jagdlichen Einrichtungen instand halten. Wir setzen hier Traumeichen in Trubpflanzung, weil in Zukunft wird das Klima wärmer, trockener und die Eichen kommen damit viel besser zurecht wie andere Baumarten. Speziell im Wald der Zukunft ist die Pflege sehr wichtig, weil da lenken wir schon die Baumarten, die das Klima besser aushalten und die werden von uns gefördert. Wir hier im Wienerwald sind Nachholungsgebiet. Dass das in Zukunft auch so bleibt, würde ich mir ein respektvolles Miteinander in der Natur wünschen. Wald der Zukunft ist für mich im Wald jetzt klimafit zu machen, dass auch unsere Kinder in Zukunft einen Wald erleben und genießen können. wanted dachte, es wäre das ja nicht irgendwieар was für dich gehalten als ich. Untertitelung des ZDF, 2020